Vorher drauf. Eine kleine Besonderheit der Deko wird loslackiert bzw. trocken. Und da landet Bruderzart Markus Zolonec. Vielen Dank für deine Vorführung. Team Lerott. Ich übergebe mal das Mikrofon kurz an Mark Typrad. Wir wollen jetzt nochmal richtig die Sau rauslassen. Da sind sogar zwei Team Piloten bei, die gar nicht für uns fliegen, sondern nur für die Kanu. Hier immer Vollgas geben. Man muss sagen, wir sind auf den Markt gekommen vor ungefähr vier, fünf Jahren. Ja, so 2011, 2012. Genau. Die Bereich noch und jetzt auch bei RC Autos. Hier, wir sehen, Adolf. Wir haben hier mehrere Logos, einen auch mit Verkleidung drin. Mega schön. War früher auch noch legal bei echten Modellen, bei echten Flugzeugen. Heute leider die Pflicht mit Schalldämpfer. Und ja, hier sehen wir drei Meter Startweg und der Doppeldecker ist in der Luft. Auch übrigens, wie ist das Original, Holzbeplank wunderschön aufgebaut. Werden eher gleich, hier steht mich gleich wieder unter Paveljog hier vorne. Schauen Sie sich das Modell an. Aber ich bin jetzt einfach beruhigt. Ich horchen Sie sich einfach mal den Sound an. Das passt alles. Das passt alles. Und wir sehen hier die schön langsame Fluggeschwindigkeit gegen den Wind bei der Maschine. Bei Modellen fortgeschritteneren Alters oft so, dass sie sehr seitenwindempfindlich sind durch das große Ruder. Aber hier haben wir so viel Kraft, so viel Druck. Wir sehen hier richtig schönen, klassischen Kunstflug. Und dann einfach dieser Sound, Dötle, dieser Sound. Ja, wie gesagt, das stimmt alles, weil einfach Optik, Sound und wenn man auch das Anlassen hört, wenn der so vorbeituckert, auch wenn Sie sich das mal von nahm angucken, die Ventilspiel ist ja oben offen sichtbar, die Ventilhebel und alles, die Kipphebel, es ist der Wahnsinn. Ja, liebe Zuschauer, was Sie hier in der Luft sehen, das ist ein ganz exorbitantes Modell, nämlich von dem berühmten Flieger, Kunstflieger, Jagdflieger, Udet aus dem Ersten Weltkrieg. Der hatte diese Maschine und damals noch möglich mit der Zulassung Flamingo als so wie heute die D-Strich und dann die E-Zulassung und noch drei Buchstaben. So wurde das, die Maschine konnte damals nach dem Wunsch der Piloten auf einen Namen zugelassen werden. Und dieser Flamingo von Udet, der war unglaublich berühmt, weil Udet bis heute der einzige Pilot auf der Welt war, der das Kunststück fertigbrachte, vor versammelter Ehrentribüne zunächst eine Dame der Honoration zu bitten, ihm ihr Halstuch oder Tüchlein oder was auch immer möglichst groß zu überlassen. Das hat er dann direkt vor der Tribüne ins Gras gelegt, hatte einen kleinen Drahthaken an der Flächenspitze und hat das im Slipverfahren, also schräg auf dieses Tuch zu, mit der Flächenspitze vom Boden aufgenommen. Ein Kunststück, das bis heute kein Pilot der Welt jemals mehr versucht hat, so gefährlich ist das. Und wegen der schmalen Spurbreite des Modells hier im Original, deswegen kann dann der Wind unter die Fläche gehen und das Modell anheben. Ein riesen Applaus hier für den Piloten mit der Udet Flamingo Maschine. Vielen Dank. Vielen Dank.